Jo Leute, ihr kennt mich, ich kann es nicht sein lassen mit dem Spiel. So, wir müssen mal einen anderen Save laden, weil die Zeit hier schon wieder epic, wat? Epic vorbei ist, weil ich so lange gewartet habe. Jetzt geht's aber los. Ich hab die Stelle geguckt beim Emero, bei sonst wem. Bei so vielen Leuten und die haben's alle locker geschafft. Und ich, ich schaffe nichts in diesem Level, Leute. Warum nur? Ja, ich weiß es auch noch nicht so genau. Was ich noch gesehen habe, ist, Emero zum Beispiel, der hatte jetzt diesen grauen Block da gar nicht. Da kann's aber nicht dran liegen, weil wenn er den nicht hat, dann hat er ja noch weniger Zeit zum Anlaufen gehabt. Deswegen frage ich mich wirklich, wie, wie um Himmels Willen hat dieser Mensch das geschafft? Das, das frage ich wirklich. Wie hat dieser Mensch das geschafft? Ich, ich raff diese Stelle nicht. Ich kann sie nicht. Oh Leute, ich hab auch schon überlegt, diesen Hack auf, ey, diesen Hack aufzugeben, weil es wirklich scheiße ist. Und ich auf diese Stelle hier keinen Bock hab. Auf diese Stelle hab ich keinen Bock, weil sowas kann ich einfach nicht. Ich kann so ne Scheiße nicht. Gerade nicht, wenn's so scheiße ist. Ne Scheiße, die scheiße ist. Interessant zur Interpretation, oder Leute? Ich kann es nicht. Raffstet denn keiner. Ich sag euch, wir hängen den ganzen Part an der Scheiße. Ich hab's einmal geschafft und dann war ich zu schnell. Ich, ich... Ey, ohne Witz. Eine Minute 45 zeigst du jetzt bei mir an, ja? Und in dieser eine Minute 45, die ich dieses scheiß Dreckspiel jetzt schon wieder spiele, hab ich mich schon wieder dermaßen so richtig aufgeregt, dass ich schon keinen Bock mehr hab. Ich räum jetzt hier erstmal um. Ich brauch mehr Platz. Sonst kann ich das nicht zocken. Wartet, Leute. Tisch umräumen. So. Alles klar. Jetzt haben wir mehr Tisch. Jetzt geht das. Was hab ich denn da jetzt ein Save gemacht? Hast du gelitten? So. Ich weiß auch nicht, ob man hier die Anlauftaste gedrückt halten muss, oder nicht. Das sieht doch gut aus. Sorry, Leute. Ich hab gar nichts mehr gesagt. Ja, ich bin gerade so vertieft in dieses Spiel hier. Ich will das jetzt schaffen, weil ich hab da keinen Bock mehr. Ich weiß noch nicht mehr, was man zu der Stelle noch sagen soll. Wie haben die das denn alle gemacht? Wie haben die das denn alle gemacht? Das frage ich mich wirklich. Komm schon. Geh through das Dachel durch. Ich möchte das jetzt schaffen. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Lass mich da durch. Boah, ich fang... Ey, hab ich's jetzt geschafft und ich hab's nur weggedrückt. Ich fang bald Super Mario Galaxy 2 an, Leute. Irgendjemand hatte geschrieben, dass ich doch gesagt hätte, danach würde Zelda kommen. Dann hab ich nie gesagt. Ich hab gesagt, dass Zelda bald irgendwann auch kommt. Also Twilight Princess. Aber ich weiß nicht wann. Erstmal kommt Super Mario Galaxy. Die Angabe bald ist relativ. So. Stell ich dir mal ganz nah da ran, den Fuckman. Und jetzt geht er da bitte durch. Ne, dann springt er direkt. Der Emiro hat es so gemacht. So stand er da. Und dann hat er verschiedene Sprünge. Mit verschiedenen Sprüngen ist er dann da durchgekommen. Boah, WTF, warum kann ich das nicht? Hä? Boah, ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab einfach Epic keine Lust mehr. Das regt mich so auf. Wisst da was? Nicht Snapshot. Kommt. Boah, jetzt reicht es. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt reicht es. Jetzt spielen wir Slow Motion Action. Ich sag's euch. Auf wen ich gesagt hab, ich mach das ohne. Vergesst es. Vergesst es. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Du Fuckman. Ich sag's dir, ey, jetzt bist du dran. Jetzt können wir das ja hier mal ganz genau sehen. Warum geht das denn nicht? Ich hab's doch eben geschafft. Ha, ha, ha. So. Keine Sorge. Wir werden es auch nochmal ohne Slow Motion jetzt versuchen. Es ist immer noch langsam, ne? Weil ich nämlich jetzt gefunden habe eine Trick, Leute. Bin ich safe. Ich habe einen Trick gefunden. Oder besser gesagt durch die, ähm, Slowdown-Taste. Wusste ich jetzt... Ach, es kann sein, dass der Epic-Mauszeiger im Bild war. Tut mir leid. Das ist scheiße hier. Obwohl, hab ich den Mauszeiger-Cursor nicht ausgestellt? Doch. So. Äh, durch, ähm... Durch das Langsame konnte ich nämlich ja jetzt die Technik herausfinden, Leute. Ah, aber das ist so schwer. Boah, nee, das kann man gar nicht machen. Boah, nee, das ist so schwer, ne? Ich bin nach oben und hab dann nach links die Schnellrenntaste gedrückt. Hallo! Fuck! So, jetzt reicht's mir. Tut mir leid, aber da hab ich jetzt echt keinen Bock mehr. Wir hätten da nur acht Parts dran gesessen und das kann auch nicht in eurem Interesse liegen. So. Ah, richtig geil. Ja, und meine Schwestern schreien wieder rum. Ist dat geil, Leute. Jeden Part. Oh, könnt ihr mal die Fresse halten! Ich bin am Aufnehmen! Jetzt beschweren sie sich gleich wieder. Haben sie gestern gemacht. Haben sie sich beschwert, dass ich sie aufgenommen hätte. Kann ich ja auch so viel für, wenn die hier die ganze Zeit rumschreien wie so, wie so Geistesgestörte. So. Ja, das ist natürlich sehr lustig, weil ihr euch da ausgedacht habt, würde ich sagen. So. Ich sag euch, die beschweren sich gleich wieder. Ich sag's euch. Drei Millionen Prozent, dass sie sich gleich wieder beschweren. Ich bin mir aufgenommen. Ja, meine Tür fängt jetzt an sich zu bewegen und ich kann mich gar nicht mehr auf dat scheiß Play konzentrieren. So. Ähm. Oh, oh. Hier hoch. Zack. Okay. Und, komm schon. Tut mir leid, dass dat hier zu Dauerregelung wird, dat die Dauern zu hören sind, ne? Aber da kann ich ja nix für. Wenn man denen sagt, die sollen die Fresse halten, dann machen die halt auch nicht. So. Och, geh doch. Die zucken. Ach so. Ach so. Ha. Genatzt. So, da sind wir also auch weiter. Komm. Oh. So. Ja. Durch. Ja. So. Und diesen kleinen Block, den, den müssen wir jetzt da hoch bringen. Und zwar zu dem anderen. Warum geht das denn nicht? Boah. So. Ne. Vor allem WT-Fuck. Wie soll ich denn da wieder rauskommen? Ich muss doch da runter. Oh, Gott. So. Und jetzt muss man hier runter, ne? Oh, mein Gott. Ihr verdammten Fuck-Männer. Oh, Gott. Ich schrau mich nicht. Boah, Leute. Das ist so krank, das Spiel, ne? Das ist so krank. Nein! Nicht! Wie? Wie soll ich denn da durchkommen? Hör auf! Boah, jetzt muss man nochmal die... Das... Das schafft doch keine Sau zweimal. Das könnt ihr doch vergessen. Wer soll das denn zweimal schaffen? Ich bestimmt nicht. So. Komm schon. Zack. Jetzt benutzen wir wieder Slowdowns. Komm. Boah. Jetzt komme ich hier nicht mal mehr durch. Oh, Gott. Geh da durch, du Blumenpflücker. Blumen, meine ich. Blumenpflücker. Ist ja wieder eine geile Wortanfindung. Boah. Geht der Fuckman jetzt da durch? Ah. I found a trick? Ich hab'n Trick gefunden, Leute. Ich habe einen Trick gefunden. So, jetzt wollen wir erstmal konfigurieren. Und das Spiel vom Speed auf einsetzen. Yay. Okay. So. Safe. Habt ihr gelitten? Wie soll man das denn jetzt? Wie soll man das denn? Wie soll man das denn? Za. . . . . . . Kuck! Hä? Willkommen zu Hause? Oh Gott, geht gar nicht. Das geht da nicht rein. Ey, ganz im Ernst. Dreckt mich ja überhaupt nicht auf oder so, ne? Muss da da irgendwie rein? Ja, geschafft. So. Ne, wie krieg ich denn jetzt? Nein. Ah, okay. Hä? Ach so. Oh nein. So. Jetzt muss man warten. Komm schon. Meine! So. Ne. Boah, ey, das ist so ein Scheißspiel, Leute. Ich sag's euch. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich hab echt keine Lust mehr zu spielen. Das regt mich so auf. Ich spiel Hex wirklich gerne, ne? Also Kaiser Mario war wirklich eine Bereicherung für... fürs Zocken. Aber das hier... Mit Sicherheit. Hier ist erstmal Ende, Leute. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.